Voilà, Covid génial. Sie sind inspiriert von Ryuichi Sakamoto, Ennio Morricone und Robert Wyatt. Anlässlich ihres Konzerts in Paris stöbern die tektonischen Rocker in der Trax-Plattenschatzkiste nach verloren geglaubten Kindheitserinnerungen. Ich habe mir Dick Rivers ausgesucht. Ja, die Platte kenne ich. Mein Vater hat diese Musik gehört, als ich klein war. Er arbeitete bei Michelin, wir kommen ja aus Clément Ferrand, aber er hat auch selbst Musik gemacht. Deswegen kenne ich diese Platte gut. Das ist ja fast Jazz. Ich kann hier nicht mehr auf Kampagne. Aber die Rock'n'Ora-Rekord starten, ich bin zu mir. In der Straße von meinem Gymnasium gab es einen Skatepark. Nach der Abi-Prüfung ging ich dorthin und da war ein Typ mit orangenen Haaren. Wir kamen ins Gespräch über Musik und er lud mich ein, bei ihm Led Zeppelin zu hören. Clement war in den 80ern, 90ern ein Provinznest. Mit viel Industrie und wir wollten dort schnell weg. Mit Anfang 20 war es soweit. Auf das Plakat von unserem ersten Konzert in Clement, das immer noch in der Bar hängt, hat jemand Deserteure geschrieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.